Hallo meine lieben Abonnenten, Zuschauer, egal ob alt oder neu, an dieser Stelle, ja, versuche ich mich mal kurz zu fassen und zwar gab es ja in der Vergangenheit etliche Kritik an meinen Videos, möchte ich mich ganz kurz wie folgt zu äußern bzw. Stellung nehmen, normalerweise ist es nicht mein Ding, ich scheiße immer auf alles, was manche mir reindrücken an negativer Kritik, Entschuldigung, allerdings ist es so, dass manche Kritik auch wirklich positiv ist und man sich die mal zu Herzen nehmen sollte, da mal drüber nachdenken sollte, ich weiß selber, dass einige meiner Videos in der Anfangszeit nicht gerade prall waren, aber, großes Ausrufezeichen, wollte ich euch meine Just for Fun Sessions, wo ja auch der ein oder andere gute Gewinn mal bei rumgekommen ist, nicht vorenthalten. In Zukunft wird es so sein, ja noch dazu, gerade weil ich gerade wie ihr oben seht, habe ich ja oben drin stehen, Casino, Spielothek, Online-Casino, mir war es bis jetzt leider noch nicht möglich wieder ins Casino, sprich in die Spielbank zu gehen, geschweige denn dort hinzugehen und zu filmen, ist immer ein bisschen schwierig, da ich hier bei mir in der Region, wo ich wohne recht bekannt bin, möchte ich mich jetzt auch nicht weiter zu äußern. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich in der Vergangenheit wirklich mal unterwegs war und mir vorgenommen habe zu filmen und ich einige größere Gewinne erzielt habe, es mir nicht möglich war, dann offen zu filmen, versteckt ging nicht, weil ich das entsprechende Equipment dazu nicht besitze, beziehungsweise besaß, gehe ich gleich nochmal drauf ein, und so immer eine Schar von Leuten um mich, beziehungsweise um den Automaten stand, wenn ich größere Gewinne erzielt habe, und natürlich geguckt haben, mit mir gequatscht haben, wie ich das denn geschafft habe und bla bla bla, so und es ist ja auch nicht nur so gewesen, dass andere Spielgäste rumstanden, sondern teilweise auch die Servicekräfte, ja und da kann sich ja jeder von euch vorstellen, ich meine ihr kennt es ja mit Sicherheit auch, wenn man groß Gewinne erzielt, wenn dann die Automaten auch noch nicht gerade mal leise eingestellt sind, sondern die dann richtig schön los scheppern und brüllen und klingeln und Raketen abgehen und weiß der Geier was, wenn man große Gewinne erzielt, und das sorgt in einer relativ kleinen Spielhalle doch schon für sehr große Aufmerksamkeit, von daher habe ich mir jetzt das entsprechende Equipment besorgt, da werde ich nicht näher drauf eingehen, um auch mal ein bisschen unauffälliger zu filmen und nicht da mit einem fetten Smartphone voll drauf zu halten. Ich werde mal die ein oder andere versteckte Kamera nutzen, die ein oder andere hochauflösende Kamera, was ich jetzt demnächst testen werde und hoffe, dass auch Sessions, wo ich mal mehrere hundert Euro wirklich durchballer und gute Gewinne kriege oder auch mal gar nichts kriege, es mir wirklich mal möglich ist, das für euch mal in Bild und Ton festzuhalten. So, das war's an dieser Stelle. Gerne dürft ihr weiterhin eure Anregungen, eure Kritik schreiben und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, teilt es mir einfach mit, egal ob, ja, per Nachricht oder einfach in die Kommentare, auch welche Spiele ich spielen soll oder egal, was ihr auf dem Herzen habt, über Lob freue ich mich natürlich genauso, ne, gerne auch über euer Like und euer Abo, wäre natürlich mega, wenn ihr zukünftig mich verfolgen würdet. Und noch eine Sache, die ich mal anmerken möchte, was ich überhaupt nicht liken kann, egal ob es jetzt in den Videos von euch ist, oder live draußen, wenn ich zocken gehe, egal wie viele hunderte von Euro ich verballer. Ihr werdet es bei mir niemals, ich betone wirklich niemals erleben, dass ich aggressiv auf den Automaten rumkloppe, rumbrülle, geschweige denn, äh, die Mitarbeiter oder das Servicepersonal beleidige, weil die meiner Meinung nach nichts dafür können. Meine Eltern haben mir gewissen Anstand, Respekt und Höflichkeit, äh, gegeben, beziehungsweise beigebracht und, äh, anscheinend, so wie ich das ja immer wieder mitkriege, äh, ist das für einige von euch ein Fremdwort. Finde ich richtig schade, denn wenn ihr in die Spielothek geht und ein Heilengeld verzockt, seid ihr nur ihr ganz alleine daran schuld und niemand anders. Da kann der Automat nichts dafür, wenn ihr ohne Ende reinsteckt und euch ärgert und das Servicepersonal am allerwenigsten. Deswegen, wenn ihr schon ein Problem habt mit der, mit eurem Spielverhalten oder mit eurem Leben im Allgemeinen, sucht euch bitte Hilfe, geht zum Therapeuten, aber lasst es bitte nicht an den Automaten aus und schon gar nicht am Personal. Ich hoffe, ihr nehmt das euch mal zu Herzen und, äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle fürs Anschauen und ich werde jetzt mal losziehen und in den nächsten Tagen probieren, ob was geht, beziehungsweise was geht, weil die Zeit ist ja eigentlich schlecht aktuell, wie manche ja sagen und wie ich selber auch festgestellt habe, nur ich werde es trotzdem mal probieren und, äh, seid gespannt, was da kommt. Ich bin noch gespannter, was kommt und, äh, ich erwähne es gerne noch mal, liken, abonnieren und gerne unten in die Kommentare. Also, ich wünsche euch auch viel Spaß beim Zocken, viele fette Gewinne und bis bald!